Wenn du wissen willst, wie es in der Gambrinusstraße aussieht, dann solltest du dieses Video schauen. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Hallo? So Party People. Willkommen, willkommen. Ach nee, falscher Eingang. Wir sind in der Gambrinusstraße seit 100.000 Jahren. Ich mag gar nichts dazu sagen mehr. Ist mir echt peinlich. Oh, ich dachte gerade schon, ich habe einen Fallschlüssel mitgenommen. Der sieht nämlich so ähnlich aus wie der Büroschlüssel von uns. Und das Projekt, was eigentlich am schnellsten gehen sollte, dauert tatsächlich am längsten. Ist jetzt leider so. Deswegen bin ich gespannt, was da jetzt drinnen auf uns wartet. Und dementsprechend... Ja, mal gucken. Ansonsten kriegt der Handwerker eh gleich noch einen Anruf. Wenn er rangeht. Der hat ja auch noch eine Rechnung offen, deswegen... Der wird rangehen. Der hat auch schon 13 Mal umgelegt jetzt hier. Oh, Alter! Der war noch mitten in der Fahrt. Ja, das Ding ist, jetzt geht es ja weiter. Das ist ja aktuell noch der Mietpool hier drauf. Der gilt ja auch noch. Und jetzt ist es so, dass der Mietpool auch die Neuvermietung übernimmt. Das haben wir jetzt erst mal so laufen lassen. Die Tür muss gekürzt werden. So ist es. Aber... Warte. Warte. Hallo? Oh! The same problem like every year. Die Tür muss gekürzt werden. So ist es. Die Vorragend. Die Vorragend. Ja, es haben Vermietungstermine schon stattgefunden. Aber... Achso, nee. Der Mietpool übernimmt ja aktuell noch die Neuvermietung. Und der Makler, der das macht, ist so... Geht so. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir ihm das entzogen haben, das Mandat. Und er besichtigt zwar. Aber wir haben das Inserat quasi selbst geschaltet, weil... Hier war nichts, keine Silbe von. Hier ist was neu gemacht. Hier ist neuer Fußboden drin. Hier ist dies, das. Gar nichts. Steht nichts drin. Da steht einfach drin, Wohnung zu vermieten, bla, Dresden ganz normal. Nichts Besonderes. So. Und das ist ja eigentlich schon ziemlich geil hier. Das ist jetzt auch lang raus, die muss auch wandelt werden. Genau. Der hat hier auch schön nicht durch die Räume verlegt. Ja. Ja gut, wenigstens ist das schon mal so weit, dass wir sagen können, das ist fast fertig. Genau. Ach geil. Die Decke war ja letztes Mal auch noch mit Rauffaser. Das ist jetzt auch behoben. Das ist gut. Die Bände sind hier auch? Ne, das war schon lange. Das war... Als ich letztes Mal hier war, war alles fertig gespachtelt, gestrichen, aber hier war noch Rauffaser dran. Okay. Das hätte nicht sein gemusst hier. Da muss man sagen, das wurde in der Papiermüllstraße besser gewählt. Hervorant. So. Ja, dann sind wir ja quasi fast durch. Hier liegt noch der alte Teppich. Das ist Lager. Ja gut, das muss halt weg. Da oben. Achso, da kommen noch Spots. Achso, die Spots. Hatten wir das besprochen? Weiß ich gar nicht. Waren hier nicht von Anfang an Spots drin? Ne, hier war so eine eklige Lampe in der Mitte. Ne, das war mir nicht mehr bewusst. Gut. Dann haben wir das Thema auch fertig. Wink mal. Wink mal den Leuten. Jetzt wird es natürlich hier interessant, ne? Wie machen die das mit der Tür? Muss man das mit der WEG... Genau. Interessante Frage vielleicht. Muss man sowas mit der WEG abstimmen? Weil die Haustür ist. Das ist immer so. In der Bühnhausstraße wird gar nichts abgestimmt. Und da sind auf jeden Fall fast zehn Zentimeter Flöten gegangen. Ist da ein Foto, wie das für dich aussieht? Ne, leider nicht. Schade. Bühnhausstraße kommt mit meinem Video übrigens, ne? Nicht, dass ihr denkt, wir haben es vergessen. Komm mal mit. Komm mal raus. Komm, 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 komm. Und jetzt hier... Ich glaube, das ist maximal ein Zentimeter. Eineinhalb. Achso, die geht gar nicht weiter auf. Oh, toll. Jetzt kann ich das gar nicht... Ich kann das gar nicht gucken. Das wird dann hier bündig sein fast. Mhm. Ja, ne, du bist aber ein Heiz. Da darfst du nicht vergessen. Da liegt ja an der Stelle ja links. Das Parkett. Das heißt, das wird ja da wieder aufschließen. Ja, aber das ist ja was, ob die Luft so muss oder ob die Luft so durch kann. Das ist so richtig. Aber gut, das werden wir dann sehen. Okay, gut. Gambrinus ist dann fast fertig. Achso, Fotos müssen. Wir machen jetzt noch Vermietungsfotos für das neue Inserat. Und dann geht das los. Also, im nächsten Video gibt es die Kalkulation schon, wenn wir vermietet haben. Also, genau. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. 2 Vers Mal. Untertitelung des ZDF, 2020